Jubeläum zu Schombau und hallo Leute, es gibt heute einen neuen Video Leute auf diesem Kanal und wie ihr es im Titel seht, dient dieses Video ein bisschen zur Info und zwar wird es kein Frozen May Game das liegt weder, dass ich irgendwie Stress mit irgendjemandem ein Projekt hatte oder sonstiges das Projekt hat richtig Bock gemacht, ich hatte richtig Bock auf das Projekt ich hab immer noch richtig Bock auf das Projekt nur es gibt eine Sache, die halt blöd ist und zwar geht es aus technischen Gründen nicht denn mein PC packt es momentan einfach nicht ich hatte dieses Problem zwar schon im Kopf, dass dieses Problem eintreten könnte dass mein PC nicht packt aber ich hab gedacht, es geht es ging immer so, 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 so in den Folgen da gab es extreme Frame-Einbrüche etc. Leute und ich fand es halt immer ein bisschen, ich fand es halt extrem schade so und ich konnte halt auch nicht sehr viel dagegen machen und es hat immer ewig gedauert weil mein Spiel dauernd abgestürzt ist ich konnte nicht mal die Dimension wechseln das war extrem blöd Leute aber auf jeden Fall Grüße geht raus an den lieben Coke-Joke und René dass sie so ein geiles Projekt veranstaltet haben ja, ich werde auf jeden Fall den nächsten Mal wieder bei irgendwelchen Projekten dabei sein das war nicht das letzte aber bis mein PC so weit aufgebessert ist, dass es klar geht wird es wahrscheinlich nur Vanilla-Projekte geben dann würde ich aber sagen, das soll es für den Video gewesen sein hier findet ihr die anderen Videos morgen kommt natürlich auch wieder ein richtig schnickes Video das heißt direkt morgen straight raus keine Ahnung mit wem oder was haut rein, macht's gut und ciao und dann geht's mit wem oder 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 Vielen Dank.